Herzlich willkommen zum Test einer Windel, die mich überrascht hat, wie schon länger keine andere. Und zwar nicht nur in einer Sache. Es fängt schon mit der Packung an, sie ist ziemlich dezent wie ihr sehen könnt, keinerlei bunte Abbildungen oder etwas dergleiches. Ganz neutral eine weiße Plastikverpackung, die man eher bei einer medizinischen Windel vermuten würde. Wir reden hier aber von Little for Big, wie an dem Logo auf der Packung und der Webadresse zur Homepage erkennbar ist. Öffnet man die Packung, kommt darin eine schneeweiße Windel zum Vorschein. Sie hat vorne eine etwas glitzernde Klebefläche, da sie mit Mehrwegklebern aus Plastik verschlossen wird. Schon hier merke ich, dass es eine eher dickere Windel ist, nicht zu vergleichen mit den anderen, deutlich dünneren Little for Big, die ich bereits in anderen Videos ausprobiert hatte, das ist die zweite Überraschung. Das Außenmaterial hat sich ebenfalls verändert, es ist zwar auch aus Plastikfolie, allerdings ist sie deutlich dicker und angenehm weich. Die Kleber wirken in Anbetracht dieser dicken Windel etwas klein, was sich im Praxistest nicht als Problem herausstellt. Im Inneren hat sie hohe Auslaufbündchen, was gut ist, um vor Auslaufen zu schützen. Außerdem ist somit noch Platz vorhanden, um die Windel mit Sauganlagen auszustatten, dadurch lässt sich die Saugleistung weiter verbessern. Von außen erinnert die dicke und weiche Folie etwas an die längst vergangene Zeit, als es normal war, dass jede Windel außen eine Folie hatte. In der ABDL-Szene ist Plastik zwar weit verbreitet, aber eine derart weiche Folie findet man selten. Ich finde sie vom Tragegefühl her sehr angenehm. Stärker als vermutet sind die klein wirkenden Kleber, sie halten die Windel sehr gut, was man beispielsweise beim Versuch merkt, sie zu lösen. Man muss etwas stärker ziehen, als bei den anderen Little for Big, was einen guten Halt verspricht. Im Praxistest zeigte sich die Windel sehr durstig, selbst als sie schon spürbar voll war und ich merkte, wie sich beim Hinsetzen die Flüssigkeit noch in der Windel verteilt, ist nichts ausgelaufen. Der hohe Auslaufschutz hat hier offensichtlich beste Arbeit geleistet, er verhindert ein Auslaufen, sodass sich im Inneren alles gut verteilen kann. Mehr als 2,2 Kilogramm brachte sie auf die Waage, bevor die ersten Tropfen aus der Windel liefen. Einmal musste ich spontan aus dem Haus und sie daher weit vor dem Auslaufen wechseln. Da wo sie mehr als 1,8 Kilogramm. 2,0 Kilogramm sind also sicher problemlos möglich, wenn man sich hinsetzt. Im Stehen wie bei jeder Windel nochmal deutlich mehr. 230 Gramm wiegt eine leere Windel. Es verdeutlicht, dass es sich um eine dickere Windel mit vergleichsweise viel Material handelt. Die Windel ist lieferbar, aber leider derzeit nur bei einem Shop, der nach Deutschland liefert. Zumindest sind mir keine weiteren bekannt, bei denen man sie direkt ohne Import bestellen kann. Je nachdem, wo ihr wohnt, ist das eventuell anders. Eine Packung kostet 31,79 Euro und enthält 10 Windeln, das macht einen Preis von rund 3,18 Euro je Stück. Verglichen mit anderen Windeln sind wir hier also derzeit am Beginn des oberen Preisbereiches. Bereits eine Abidry ist deutlich spürbar zwischen den Beinen. Ich habe testweise mal zwei übereinander gezogen, also ein doppeltes Windelpaket. Das hatte ich vor längerem schon mal gemacht, allerdings mit zwei Windeln, die im Vergleich deutlich dünner sind und weniger aushalten. Zieht man zwei Abidry übereinander, die auch schon gefüllt sind, wird es schwierig, die Beine zu schließen. So hat man definitiv eines der dicksten Windelpakete, die es derzeit gibt. Für den Alltag ist das natürlich nichts und für die meisten von euch wohl auch nicht notwendig. Bereits eine Abidry hält extrem viel aus und ist damit eine der stärksten Windeln, die es derzeit auf dem Markt gibt. Nur wenige schaffen es überhaupt, die 2-Kilo-Marke zu knacken. Diese hat es nicht nur knapp geschafft, sondern liegt auch noch ein gutes Stück darüber. Um das im Alltag zu verdeutlichen, ich habe bei einem Testdurchlauf die Windel morgens angezogen und über den Tag verteilt mehrere 0,7 Liter Flaschen Wasser getrunken, also relativ viel Flüssigkeit. Trotzdem hat sie erst am Nachmittag so gegen 16 Uhr mit Auslaufen angefangen. Sehr beeindruckend, wie viel diese Windel aushält. Gegen Ende hin dachte ich, dass sie nie auslaufen würde, ich setze mich ja immer wieder hin, um zu testen, ob sie dann ausläuft. Bei dieser hat man gesehen und gespürt, wie stark sie bereits gefüllt war. Beim Sitzen wurde regelrecht die Flüssigkeit in der Windel umhergedrückt. Das ist nochmal der Punkt, an dem viele Windeln aufgeben müssen, weil sie es nicht mehr aufsaugen können. Bei dieser hier ist gar nichts passiert. Ich konnte nochmal eine größere Ladung Urin in die Windel machen. Selbst danach ist sie nicht sofort ausgelaufen. Es dauerte etwas und auch als sie mit Auslaufen begann, war es keine größere Menge, sondern lediglich wenige Tropfen. Man spürt und sieht es natürlich trotzdem auf der Hose, wenn man genauer hinschaut. Daher gelten für alle meine Tests die gleichen Bedingungen. Sobald die Hose über der Windel nass wird, ist der Test vorbei und das Gewicht der Windel wird gewogen. Von Little4Big hatte ich bereits mehrere Windeln im Test. Die treuen Zuschauer unter euch, die meinen Kanal abonniert haben und daher keine neuen Videos verpassen, haben die Videos dazu sicherlich bereits gesehen und wissen, zwar sehen die bisher getesteten Little4Big schön aus, da sie bunt bedruckt sind. Der Tragekomfort war ebenfalls in Ordnung. Aber in der Saugleistung haben sie keine besonders guten Ergebnisse geliefert. Und das zu einem Preis, der für die gebotene Leistung meiner Meinung nach nicht angemessen war. Es hat eine gewisse Ironie, dass diese schlechteren Windeln ungefähr gleich viel kosten, wie die hier getestete AB Dry. Die AB Dry ist aber weitaus besser, das Einzige was sie nicht hat, sind bunte Aufdrucke. Ich habe übrigens auch den Preis mit dem von vor knapp einem Jahr, also im späten Sommer 2022, verglichen, dort habe ich die AB Dry zum Preis von 31,79 Euro und 79 Cent pro Zehner Packung bestellt. Es gab also keine Preiserhöhung. Das muss man heutzutage positiv erwähnen, da viele andere Windeln teurer geworden sind. Manche in einem halbwegs vernünftigen Rahmen, wie Krinkels. Andere maßlos überteuert wie einzelne von Abu, etwa die Peak Abu. Bei der AB Dry ist der Preis für die gebotene Leistung noch in Ordnung. Diese Windel ist perfekt, um nachts getragen zu werden. Oder tagsüber, wenn eine sehr hohe Saugleistung gewünscht ist. Dazu ist sie angenehm mit einer dicken Folie, sodass man sich dick und sicher eingepackt fühlt. Obwohl sie dick ist, kann man sie im leeren Zustand noch relativ unauffällig tragen, sofern nicht gerade eine sehr hautenge Jeans darüber gezogen wird. Das ändert sich aber natürlich, wenn die Windel voller wird. Daher ist sie für unterwegs nur eingeschränkt zu empfehlen, zumindest wenn euch Diskretion wichtig ist. Für zu Hause, in der Natur oder wenn es euch nicht stört, dass andere eure Windel bemerken, dann ist sie ein wahres Saugmonster. Das Einzige, worauf man bei dieser Windel verzichten muss, bunte Motive. Sie ist eines der Beispiele, in denen Unternehmen, die hauptsächlich Abidell-Windeln produzieren, auch Unbedruckte im Sortiment haben. Einige von euch kennen das sicher schon aus meinen anderen Videos, bei North Shore ist es beispielsweise ähnlich. Abu hat ebenfalls mal eine weiße Windel herausgebracht. Wer auf bunte Aufdrucke nicht verzichten mag, hat hier allerdings eine gute Chance, sie selbst zu bemalen. Das geht dank der dicken Folie bei dieser besonders gut, auch mit dickeren Filzstiften, die dort haften, wie Eddings. Ich kenne manche, die ihre Windel mit tollen selbst gemalten Motiven verschönert haben. Das sind definitiv keine langweiligen Designs, sondern alles Unikate. Ist sicherlich nicht für jedermann etwas, aber nachdem ich letztens ein paar davon gesehen habe, wollte ich es in den Raum werfen. Wenn du lieber fertig bedruckte oder dünnere Windeln haben möchtest, findest du an der Seite noch ein weiteres Windel-Video und eine Playlist mit meinen ganzen Tests. Mittlerweile habe ich einige im Praxistest geprüft. Schau gerne mal rein, dort ist sicherlich auch etwas Interessantes für dich dabei. Das ist noch längst nicht alles, ich teste immer wieder neue Windeln und teile meine Erfahrungen. Manchmal nehme ich auch Videos mit anderen nützlichen Informationen oder Tipps für alle auf, die Windeln tragen oder tragen müssen. Um kein Video mehr zu verpassen, kannst du daher gerne meinen Kanal abonnieren. Ein Abo kostet dich nichts und du wirst von YouTube informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Außerdem unterstützt du damit meinen Kanal, sodass ich mehr Videos machen kann. Danke für deine Unterstützung. Ich hoffe, dass deine Windel nicht ausläuft und wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.